hi leute ich bin es wieder euer dominik und ich melde mich mal wieder wie letztes jahr aus meinem sommerurlaub hier in kroatien und wie ihr seht haben wir ein geiles panorama hier sind gerade mit dem boot unterwegs und ich will euch trotzdem eine kleine technikübung vorstellen und wie letztes jahr brauchte wieder nur einen ball und vorzugsweise heute im handlichen format denn der ball muss während dem schwimmen gehalten werden was mache ich ich schwimme jetzt gleich rücken und werde in der luft immer den arm ablösen den ball in der luft halten und versuchen dabei trotzdem schöne zuglänge schöne rotation und einfach mit schönem gestreckten arm nach oben wieder ins wasser eintauchen schaut zu und macht zu hause nach aber wenn ihr glück habt könnt ihr das auch am strand machen und nicht in einem ekligen halmbad so das war's schon von mir macht eurem urlaub nach macht zu hause nach ich genieße jetzt noch meine freizeit macht gut bis bald